Schneller! Echt, ey? Pass auf die Lücken drauf, auch. Ja, ich hab noch keine gesehen, aber ist okay. Als ob er uns abschütteln wollte! Ich glaub... Oh, oh, oh. Bist du noch da? Ja, ich bin hinter dir. Alter! Hört ihr das? Oh, 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 oh. Ich falle, ich falle, ich falle. Ich falle. Oh, ich stehe. Ich falle. Ins Licht. Ich sehe ein Licht. Angekommen, also ich bin unten. Hinter der. Guck mal über uns, ey. Boah. Das ist so nah. Chief. Ah. Wie sind Sie hergekommen? Ist eine lange Geschichte, Sir. Cortana aktiviert Blutsväter. Wir sind auf euch. Hm. Sie sind es. Wir auf Meridian. Und auf St. Helios. Ach, so ein Ding schon wieder. Guck mal. Cortana? Wir sind also richtig. Okay. Okay. Ein Illuminat. Mein Name ist 031 Exuberant Witness. Illuminat in der Genesis Installation. Willkommen. Wollen Sie auch Cortana davon abhalten, die Aufgabe zu übernehmen? Die Aufgabe? Ein Galaxie weiter erzwungener Frieden. Furcht vor dem Tode überwiegt jede Lust am Leben. Okay. Greif auf Ihre Kommunikationssysteme zu. Oh. Im Übrigen, da draußen warten einige unfreundliche Besucher. Ach. Mein Name sei Cupido. Oh. Oh. Können wir das nehmen? Ja, ich schätze, damit lässt sich was reißen. Ich habe es in den Trümmern der Ankunft von Wächter 3. Ich fahre vorne. Bist du drin? Das wird sie uns vom Hals halten. Jau. Die Hyperhaumblasen der Wächter bringen eine beträchtliche Menge Schrott von ihren Ursprungsplaneten mit sich. Jemand sollte den verklickern, dass der Krieg vorbei ist. Wenn Sie denn unbedingt kämpfen wollen? Das war in diesen Dosen nämlich gleich auseinander. Da oben! Wächter! Wow. Du hast die Zesophie gerufen. Ein einziger Wächter genügt, um ein Sonnensystem zu überwachen. Was für eine Machtdemonstration. Sorry, überwachen? Machtdemonstration? Korrekt. Mit den Wächtern hielten die Blutsväter den Frieden in den niederen Systemen aufrecht. Wie Sie sehen, zielen die Abwehrmaßnahmen von Genesis auf die Eindringlinge. Bedauerlicherweise werden sie auch Sie als Eindringlinge betrachten. Das ist deine Installation. Kannst du uns nicht durchschleusen? Nein. Pfeil vor. Ich habe es doch rechtzeitig gesehen. Ich habe immer noch die Kontrolle über einige Aspekte dieser Anlage. Bring mich da ran. Nicht Rückreizfahren, bitte. Nee, ich muss aber ausweichen. Au. Genau deshalb. Okay. Tanaka? Der rennt echt immer die ganze Zeit im Bild, ey. Dann war es wieder geschützt. Na, war es geschützt. Der Wärter wird den Aufruhr bemerken. Machen Sie schnell. Aua. Dann muss das ein Gefecht. Das ist ein Gefecht. Das ist ein Gefecht. So nehme ich an, ihre Absicht war. Hehe. Kleiner Scherzkeks. Autsch. Ich glaube, wir explodieren gleich. Ich glaube auch. Sehen Sie, wie ich diese tolle Kampfmaschine fertig mache. Bring mich da ran. Der Weg endet wohl hier. Exuberant. Ich bin tot. Richtig? Ja. Ich fahre noch. Gibst du noch? Ja. Warum bin ich denn dann tot? Aber ich brenne. Ich brenne voller Verlag für das Spiel. Ja, nehmt ihr. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Was ist das Tor? Eine Brücke zwischen der Domäne und Genesis. Kann ich das Maschinengewehr noch benutzen? Da sitzt Buck gerade drin. Ey, Buck. Fiss dich. Okay, bin da. Können wir den neuen Panzer da nehmen? Oh, ich nehme den neuen Panzer. Der ist aber ein Flieger. Sie nimmt Buck jetzt. Die Gebäude im Kreis umherirren. Sie bereitet sich auf etwas vor. Es lässt sich nur nicht sagen, worauf. Die Feuer gezielt auf meinen Schützen sind. Genesis ist ein wirklich prachtvoller Planet. Ja, super. Aber für gewöhnlich etwas ruhiger. Recht einsam sogar. Aber prachtvoll. Mehr Alice. Okay. Buck, willst du auch ein bisschen was machen? Oder stehst du da bloß rum? Oh. Wie beunruhigend und aufregend. Das wird sie uns voll heiß halten. Okay, danke. Grant ausgeschaltet. Au, 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 au. Wo ballert's? Ich muss zugeben, trotz allem kann ich nicht anders, als das hier recht belebend zu finden. Bring mich nah ran. Oh, die sind echt stark. Springer ausgeschaltet. Okay, von hier oben können wir die Dinger kaputt machen. Okay, das Geschütz ist weg. Das wird konzentriert euch auf den Phaethon. Gegner getroffen. Och, komm. Bring mich nah ran. Phaethon nehmen wir auseinander. Okay. Tanaka ist tot. Ich weiß genau, wie man einen Doof-Glam legt. Oh, oh. Die Menschheit hat sich nicht viel verändert, seit sie das letzte Mal die Sterne bereiste. So totbringend wie eh und je. Ist doch gut. Ich werde diesen Springer auseinandernehmen. Sie sind doch ziemlich gleich auseinander. Es ist etwas Eile geboten. Ja, doch. Er hilft mehrere hochstufige Kommunikationssysteme zu aktivieren. Wie viel Zeit bleibt da? Äh. Ja, wir werden irgendwo angefeuert gerade. Aber. Ich sehe aber auch nicht, wo. Okay, das Ding ist auch hinüber. Willst du Tanaka schnell einsammeln? Ah, ne, die resetten gerade. Okay. Ne, die sind tot. Ne, die kommen... Oder was meinst du da? Die resetten gar nicht, wa? Tanaka ist wieder hier? Ach, da unten ist er lang. Oh, okay. Wo ist hier ein Ghost? Ach. Auf was warten wir denn jetzt hier? Na, einen Moment, hat sie gesagt. Bitte schön. Da oben links. Oben links. Guck mal da. Da ist irgendwas. Wie ist der da? Warte. Das ist, glaube ich, Gestein. Das ist irgendwas, aber nichts zum Feuern. Achtung. Schlechte Neuigkeiten, Menschen. Der Werter hat uns entdeckt. Jetzt sind wir am Arsch. Und vermutlich nicht zum letzten Mal. Erst recht penetrant. Werter, warum hilfst du der Dienerin? Das entspricht nicht dem Protokoll. Es ist falsch. Du wirst hier nicht. Hab ihn, gib's ihm. Okay, er ist weg. Wo ist er jetzt hin? Fantastisch. Ich bin überglücklich, dass sie noch leben. Aber der Werter war trotzdem siegreich. Wie das? Kurtanas Plan ist so weit vorangeschritten, dass jede Sekunde ihr hilft. Ich glaube, wir müssen hier aussteigen mit dem Ding. Keine Ahnung. Doch, ich glaube, wir müssen hier aussteigen. Ich fürchte, Ihr Fahrzeug wird dieses Terrain nicht überwinden können. Hm. Na gut. Beeilung. Das Tor ist gleich hinter diesem Hügel. Okay, hier lang. Das ist nicht 1-1-7. Das ist nicht 1-1-7. Warte, warte, warte. Ich dachte, es geht hier weiter. Aber... Hier ist Wächteralarm. Ja, ja, ja. Wir haben euch wacker geschlagen, Spartans. Doch euer Kampf ist vorbei. Achtet auf Scharfschützen im Hintergrund. Kommt, auf zum letzten Gefecht. Auf zum letzten Gefecht. Die International... Oh, die Waffe gefällt mir. Ihr habt den Bestand verletzt. Walter, fantastische Arbeit, Menschen. Der wird... Habe ich ihn jetzt gekillt? Oh. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Geht wieder. Danke. Oh, aber. Oh, oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ja. Ich gehe kurz zu dem Typen hier oben hin, den... Okay. Was müssen wir denn hier machen? Ob wir nur überleben, oder was? Ich glaube, ja. Oh, da hinten ist er. Da kommt wieder seine Energiekugel in den Flogen. Vorsicht. Oh. Ei, 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 ei. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Meine Panzerung blockiert. Meine Panzerung blockiert. Oh, Buck Rogers hilft mir. Dann pass auf. Oh, Buck Rogers. Okay. Ich bin wieder da. Wo bist du? ich bin oben greift die geschütze an was ist das hier ach so schon wieder Oh, da ist nix drin Okay Vorsicht, der explodiert Auch geil, sämtlicher Munitionsvorrat wurde aufgebraucht Ich hasse den Spruch Den Spruch hasse ich, wie die Pest So, was haben wir? Ist er jetzt weg oder? Da ist doch irgendwo ein Ziel Ja, da ist ein Tor Gehen wir mal da hin, ne? Finden Sie den Masterchef Oh, ich, oh Einfach nur hinlaufen Hätten wir vielleicht vorher machen sollen Da, die andere The other Ach, deswegen will Microsoft Cortana in Windows abschaffen Die ist gefährlich Cortana Nein So, alles aus Oh nein, sie hätte ihn nicht so nah an sich heranlassen dürfen Das wird der Werte nicht länger dulden Hä? Sind sie wegteleportiert worden oder was? Ah, okay Chefchen Jiki, bist du da dran? Hallo? Ach da, ist er Denk immer, du bist weg Warum? Ich weiß ja nicht, weil das stumm ist Ein Fisch im Wasser Blub Cortana Was ist das? Cortana, antworte Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wächter vertreiben! Lass uns allein, Werther! Tut mir leid, ich wusste nicht, dass er hier eindringen kann. Genug, der Spielchen. Du hast die Wächter hergebracht. Zu. Die Blutsväter verwendeten Wächter, um aufständische Welten zu befrieden. Ich habe das Gleiche vor. Du willst was? Wenn es keinen Ärger gibt, muss auch niemand bestraft werden. Ich hab noch viel zu tun, John. Komm zu mir, schnell! Hä? Irgendwie, es hat nicht richtig über dir erzählt. Irgendwie... Das ist die Logik, weißt du? Um die Gewalt einzudämmen, muss ich Gewalt betreiben. Oh, ist mir warm, ey. Ist die auch so warm? Mega geil! Was? Warm, ja? Ja. Okay, Munition. Woll, der Marsch! Echt? Warum denn? Was? 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 Woll, der Marsch! Was? Was? Ja, so geht es auch. Oh. Oh. Ui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Okay.